Wenn du zaubern willst, beginne mit diesen beiden einfachen Zaubertricks. Versuche als erstes, eine Münze verschwinden zu lassen. Erkläre deinem Publikum, dass du so lange eine Münze über deine Haut reiben wirst, bis sie verschwindet. Zeige sie deinem Publikum, um zu beweisen, dass die Münze echt ist. Platziere nun die Hand mit der Münze an deinem Ellbogen und lege die andere Hand unter dein Kinn. Wenn du soweit bist, kannst du beginnen, die Münze an deinem Ellbogen zu reiben. Lass nach ein paar Sekunden die Münze aus Versehen auf den Tisch fallen. Dieser Schritt ist sehr wichtig. Tue deshalb so, als sei dir dieser Fehler fürchterlich peinlich. Lange mit beiden Händen nach dem Geld. Hebe jedoch heimlich die Münze mit der Hand auf, die ursprünglich unter deinem Kinn ruhte. Führe diese Hand wieder zum Kinn und reibe weiter mit der anderen für einige Sekunden über deinen Ellbogen. Öffne nach einer Weile die Hand und mache deutlich, dass die Münze weg ist. Als zweites kannst du eine Münze verschwinden und wieder auftauchen lassen, indem du Hilfsmittel benutzt. Trage hierfür zunächst deine Materialien zusammen. Du brauchst ein Beinglas, eine Münze, ein Tuch, zwei Bögen Zeichenpapier derselben Farbe, eine Schere, einen Bleistift und einen Klebestift. Fahre zunächst mit der Öffnung des Glases kreisförmig über das Papier. Schneide dann ordentlich einen Kreis aus. Gib etwas Kleber auf die Glasöffnung und fixiere den ausgeschnittenen Kreis vorsichtig darauf. Versuche darauf zu achten, dass nichts übersteht. Während des Zaubertricks wird das Papier die Münze bedecken, um sie verschwinden zu lassen. Nachdem der Kleber trocken ist, kannst du deinen Trick vorbereiten. Platziere die Münze und das Weinglas kopfüber auf dem zweiten Bogen Papier. Nun bist du bereit für deinen Zaubertrick. Bedecke das gesamte Glas mit dem Tuch. Hebe das Glas nun an und setze es auf die Münze. Entferne das Tuch und voilà, die Münze ist weg. Lass die Münze wieder erscheinen, indem du das Glas wieder abdeckst. Hebe das Glas zusammen mit dem Tuch an und die Münze ist wieder da.